So, hallo und willkommen zu neuen Folge von Minecraft Apollo hier auf meinem Kanal. Ich denke, das ist schon eine zehnte Folge hier. Ja, ich bin schon richtig weit hier. Und, äh, genau. Heute habe ich nämlich was richtig cooles zu zeigen, denn, äh, wer hier noch nicht weiß, äh, hier, Franzel Merge, www.jurans330.job hier, für die saftigen Franzel Merge. Und, äh, ja, wie gesagt, es gibt Rucksäcke und auch Horben und so. Also, wie gesagt, einfach abchecken hier. Und, äh, wie er die Skizze von Franzel Design hier neulich gesehen hat. Hier im Hintergrund ist das Franzel Design. Ich finde das wirklich richtig witzig hier, die Skizze. Und, äh, genau. Recht viele haben in den Kommentaren geschrieben, Tobst hat mir eingebrochen. Tobst hat mir eingebrochen, ich weiß nicht. Ich sehe eigentlich nichts. Ich habe Angst, dass jetzt irgendwo eine Falle ist, ne. Weil ich gehe mal Dings, ähm, da ist ein Claims, Tatsache. Hier ist ein Claims. Okay, ich schaue direkt hin. Und genau, äh, hier habe ich nämlich einen Aufzug jetzt. Und das zeige ich irgendwie nachher. Ich muss jetzt mal hier nach Dings, nach Hause. Und hier habe ich jetzt eine Mauer angefangen zu bauen, weil ich habe so eine Idee gehabt, dass ich irgendwie so, äh, praktisch, äh, rumclaim um den Mord. Aber dass praktisch keiner mehr, äh, rumkommt. Und hier habe ich, by the way, ein Haus gebaut. Ähm, ein neues, das demnächst irgendwie kommt. Ich weiß nicht, das ist einfach nur so eine Verschönerung. So habe ich, das ganze, ein ganzes, äh, also das ganze wichtige Zeug. Will ich dann irgendwie alles in meinen Tower packen. Und, äh, ja. Wo hat der Tobst eingebrochen? Oh nein. Ich glaube, ich glaube, ich weiß schon, was er hat, oder? Ähm, beziehungsweise. Oh, oh. Julian, da du meine Haare entf- entf- hast, sollst du auch was entfernen, äh, bekommen. Und wenn du dein Zeug wieder willst, dann musst du ein Entschuldigungsvideo machen. Und meine Haare wieder hinbauen. M, F, G, Tobst und dies. Okay, es ist, es ist, es ist relativ, Leute, es ist relativ klar, dass Tobst dir das geschrieben hat. Äh, da war ich, ich glaube ich, weißt du was? Ich breche einfach demnächst hier bei Tobst ein und, äh, keine Ahnung, ich, ich, weise nicht drauf hin, dass ich hier relativ viele Rechtschaff... Okay, Leute, schaut mal hier. Äh, wie viel Rechtschafffehler hat Tobst hier? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ähm, sagen wir auch wirklich in jedem dritten Wort, der Rechtschafffehler. Okay, äh, jetzt was hier? Oh, oh, Leute, nein. Ich glaube, ich glaube, die haben... Ich glaube, die haben Dings hier wieder mitgenommen, oder? Schinken? Oh, doch, Tatsache, die haben Schinken mitgenommen. Oh, nein, okay, ich baue das erstmal wieder zu. Okay, das heißt, die wissen hier, weil Leute haben sie gerade Ghostblöcke mitgenommen, gell? Oh, no, no, no. Okay, ich baue das hier irgendwie mal wieder zu mit... Äh, okay, ich habe gerade Dirt. Ähm, genau, und ich glaube, ein Chunk hier kostet 40... 40... Oh, nein, der hat mir ganze Sachen weggenommen! Oh, oh. Und genau, hier, bezüglich dem Bogen, den habe ich wieder gefunden, in meiner Chest, oben in meinen, äh, in meinen Tower, weil, ich habe gesagt, ich habe den ganz am Anfang bekommen durch eine Quest. Und, äh, ja, der Schutz des, äh, Dings, exklusiv Eros. Und der hat mir ganze Sachen genommen. Ich muss unbedingt bei ihm einbrechen, unbedingt nix. Man muss sich halt schauen. Und, äh, genau, so. Was ich heute nämlich machen wollte, äh, warte mal, ich habe jetzt keine Erde hier. Ich kann irgendwie schnell irgendwo welche abbauen. Äh, aber Tops, das ist... Ich glaube, Tops hat einfach mit Easy gemeinsam hier irgendwie eingebrochen, denke ich. So, drei, vier, fünf... Das war schon hier vier. Ähm, genau. Aber der Goldblock, den von Dings von, äh, Goldie ist noch da. Goldie, Goldie, Gold. Genau, ihr habt, äh, Dings hier, dass, äh, dass man hier Goldie mit so schreibt, mit Y, dann habt ihr abgestimmt. Und, äh, ja, genau, hier ist noch das letzte Geschenk. Heute wollte ich eigentlich nur Quests hier machen, nämlich. Ähm, genau. Ich habe nämlich hier noch Schmied. Äh, Chain Helm, Chain Chest, okay, das habe ich auch jetzt noch nicht. Äh, Krieger, kill 25 Zombies. Okay, glaube ich, das ist fünf. Mach ich auch demnächst. Erfolgreich. Tötte einen Mitspieler mit einer Falle. Okay, das muss ich auch, glaube ich, demnächst noch machen. Zieh. Nehme eine Folge mit einem Mitspieler auf. Okay, das kann ich vielleicht demnächst machen. Ich glaube, Flo ist ja auch gerade irgendwo am Server. Äh, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, weil er gesagt hier, macht er gerade um 19 Uhr irgendwie, äh, eine Aufnahme. Also, ich bin auch hier gerade. Okay, äh, was gibt es denn noch? Äh, Meister. Reiche Level 10 in den Skillen. Genau, ich habe jetzt herausgefunden, wie man hier Skills öffnet. Genau, mit I hier. Äh, genau, so mit I. Ich bin Level 7 hier gerade mit dem. Und, äh, ja, genau. So, was gibt es denn noch für Quests? Das heißt, ich mache heute, ähm, weil ich Flo sehe, vielleicht Killer eventuell. Händler kann ich auch mit Flo irgendwie handeln, kann ich auch eventuell heute machen. Team, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Flo unbedingt eine Folge aufnehme. Weil ich weiß nicht, ob ich überhaupt treffe oder ob er auch eine Mine ist. Besucht die Häuser aller drei Mitspieler, okay. Von zwei, also von Flo und von Isi habe ich es ja schon gesehen, mehr oder weniger. Also kann ich ja zu Tops einfach heute rüber gehen. Und, äh, genau. Ich frage mich eigentlich gerade, wo Zeus ist. Äh, Zeus, ich glaube, der ist wieder auf der Himmelstadt. Wer die Folge von der Himmelstadt nicht gesehen hat, einfach rechts oben bei mir auschecken. Da kann man ja hoch. Äh, hier ist nämlich vor allem immer eine Himmelstadt. Und, äh, so. Und genau, ähm, ich habe ja auch letztens den Community Tab hier gepostet, nämlich. Wo ich hier gesessen bin und Tops einfach, seinen Kopf. Und Tops hat einfach immer noch nicht seine Haare, Dings, äh, seine Haare wiederhergestellt. Und ich glaube, ich will ja auch irgendwie das Entschuldigungsvideo so machen. Oder weißt du was? Ich mache ein Entschuldigungsvideo, okay. Äh, das wird Tops auch ganz, äh, das wird Tops auch ganz, ganz gut gefallen, ja. Und, äh, ja, ich habe schon gute Ideen, vor allem Entschuldigungsvideo. Und genau, ich wollte auch hier zeigen, hier gibt es nämlich so eine Art, äh, ich habe hier so eine Art Durchgang gebaut, die mit Chiseln, Bits, was richtig cool aussieht. Und, ja, ich muss demnächst wirklich einfach mehr, ähm, hier beschönern. Genau. Hier ist auch ein Mineneingang, habt ihr gesagt. Da kann ich auch demnächst irgendwie rein, obwohl ich kann ja einfach schnell reingehen. Äh, ist hier irgendwas Tolles? Ähm, hallo? Oh, da ist ein Dungeon. Okay, Dungeon Dungeon. Okay, was ist das hier? Ein Skelett-Spawner. Wizard-Laggings, okay. Heal. Okay, ist nicht so gut, ist nicht so guter Stuff drinnen. Egal. Dann gehe ich wieder hoch. Ja, oh, ich bin gerade Level 8 in dem Sprint-Ding, ist hier gerade geworden. Oh, so. Dann gehe ich hier schnell wieder hoch, so. Bam, 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 bam. Und so, jetzt bin ich wieder oben. Genau, so. Okay, ich glaube ich jetzt erstmal in die Mitte. Äh, genau. Bezüglich der Fanart hier, wie gesagt, einfach auf Instagram, johannas33-official, hier wie er eingeblendet. Oder auf Twitter, johannas33, also johannas3300, wie er eingeblendet. Könnt ihr Fanart schicken. Dann hänge ich dir auch demnächst hier auf. Und genau, hier ist ein richtig cooles Fanart. Und ich habe gesagt, hier, das ist ein Lotto-Mann irgendwie von Flo. Ich weiß es selber nicht. Weil es auch richtig, äh, richtig cool gezeichnet. Wenn ihr auch irgendwie aufgehangen, äh, aufgehangen hier werden wollt, dann unbedingt hier, äh, auf Instagram oder Twitter hier, ähm, ein Fanart schicken. Mich taggen einfach. Okay, so. Oh lol, was ist das hier? Friedensgeschenk. Leute, ich weiß genau, dass hier, dass das hier... Leute, ich weiß genau, ich höre Lava, ja, Leute? Okay, ich hoffe, ich weiß genau, dass er... Ich habe es so gewusst. Ich habe es so gewusst, dass er einfach... Boah, ich wäre fast reingeflogen. Ich habe es so gewusst, dass hier Ghostblöcke sind, weil er einfach auf den Steinblöcken Gras wächst, ja? Okay, Friedensgeschenk. Aber es ist gut gemeint. Easy, okay, ja. Ja, easy, ja. Du wirst, du wirst schon hier noch eine Falle bekommen. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in die Mitte irgendwie. Ähm... Oh, hier sind Dings und Vieh. Genau, ähm... Ich habe hier nämlich, äh, wer hier meinen neuen Banner noch nicht gesehen hat... Und hier steht, hier steht Warnzeit, ich glaube noch von Dings. Wer meinen neuen Banner noch nicht gesehen hat, hier ist mein neuer Banner hier. Ich habe auch einen Community Tab hier gepostet von meinem neuen Banner. Banner. Von meinem neuen Banner hier. Und, ja, ich finde, er ist richtig gut geworden. Das heißt, von meinem Weihnachtsbanner vorübergehend für Weihnachten. Und, ja, hier steht auch, okay, man hat es nur 30 Punkt Shop hier auf der Seite. Und, äh, ja, und... Oh, oh, you feel the wind, you carry. Okay, ich bin gerade richtig schnell. Ich glaube, die Blöcke von Tops sind ja immer noch drinnen hier. Okay, Leute, Floor, 30 Chunks, was? Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt erst mal zu Tops hier rüber und schaue mir das in Haus an. Ähm... Okay, ich glaube, ich weiß nicht, ob Tops gerade am Server ist. Hoffentlich nicht. Ähm... So, ist hier... Ein Diamantschwert, okay. Ähm, ich wollte irgendwie schauen, weil Tops hat irgendwie eine Riesenburger liegen, sowas. Okay. Ah, Leute, Alter, wirklich ein Raumschiff schon, gell? Okay, Team Ziegelstern, okay. Ich glaube, das ist geclaimt. Ich schaue mal. Für die Rache vielleicht demnächst. Okay, hier ist ein Dings, hier ist ein... Okay, äh, es heißt... Okay, wie viel... Das hat eins... Ich glaube, das hat neun... Das hat so circa zwölf, dreizehn Claims, äh, also Chunkie... Chunks hier geclaimt. Oh, la, das geht hier runter. Kann ich hier? Geht das? Okay, es geht. Ich glaube, zwei. Kann ich irgendwie hoch? Oh, okay, zwei, okay. Nevermind. Okay, hier kann man hier ran. Okay, das ist, glaube ich, nichts. Ich kann mal hochgehen. Oh, oh, nein, das war drei. Hä? Tops? Was ist? Drei? Hä? Irgendwo ist das zwei und das ist drei. Okay, Tops. Hä? Vier? Ach nee, warte, ich glaube, eins ist ganz oben. Okay, äh, eins. So. So, dann ist eins, glaube ich, ganz oben. Ich habe auch so einen Lift bei meinem Aufzug. Nein! Was? Was? Wisst ihr was? Der Aufzug... Tops. Wie kann Tops eigentlich so einen dummen Aufzug bauen? So. Wie kann man hier eigentlich auf der Seite herausfliegen? Ich habe wenigstens zugemacht, dass man nicht auf der Seite rausfliegen kann. Und ich sehe, ich glaube, das ist sogar 3D hier an der Seite. Und was ist hier? Ich glaube, das ist einfach nur ausgehöhlt oder so. Aber hat das so eine Eisentür, gell? Oh, lol. Hier ist ein Papierkorb oder so. Was hat die hier? Und das ist, glaube ich, der Gott von Tops. Der Luki, glaube ich. Okay, ähm. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Okay, lol. Okay, was ist das hier? Hallo? Willischer? Oh, der greift mich an! Oh, oh, oh. Okay, das ist nicht gut. Okay, was ist das für ein Villager? Hä? Wer war das? Hä? Was war das für ein Villager? Okay, warte. Ich darf hier nicht in den Mainraum. Oh, hier steht Fluss. Stinkt. Ich könnte das irgendwie auch austauschen. Hallo? Villager? Und dann, wo ist er hin? Hier ist er. Okay, der geht immer wieder zurück. Was sagt er? Sagt irgendwas? Nee, er sagt nichts. Nein, ein böser. Villager! Okay, was ist das immer für ein dummer Villager? Topstart. Okay, ähm. Was ist das hier noch? Ich glaube, der hat einfach so eine kleine Dings. Okay, MIP hat ein Geschenk für dich. Grüße ist ein MIP. Okay, wer auch immer MIP ist, ja? Äh, so, was ist hier noch? Hier ist, glaube ich, nur ausgehöhlt oder so. Was ist das da vorne? Ist so ein Redstone-Dings. Oh nein, ich kann die nicht bauen, gell? Ich glaube, das ist so automatisiertes Redstone-Zeugs. Keine Ahnung, was der da irgendwie meint oder so. So, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal in die Mitte. Und schaue, ob ich vielleicht jetzt ein paar Queste claimen kann. Weil ich glaube, ich kann jetzt die Besucher alle Häuser von drei Mitspielern hier claimen. Und, äh, was ist das da vorne? Das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, so. So, ist hier, nämlich, ist das ein Shop von Flo? Ich glaube, das ist ein Shop, oder? Hier ist auch, hier ist auch der Dings von Topsi. Oh, was ist das hier? Oh, Leute, da mit Schüssel und Bitt, gell? Oh, Leute, so ein GIF. Teil 2 eröffnet. Oh, Leute, Emeralds, warte mal, was? Haben sie mein Sohn gesehen, Leute? Holy Sword. Okay, macht sich nicht viel Kerzen. Aber wie cool das ist, gell? Ist ein richtiger Job, ich habe nämlich auch solche. Seem Damage. Äh, okay, Chain Dings. Okay, das kaufe ich mir, glaube ich, weil ich brauche das für die Quest. Äh, so. Äh, oh. Hallo, Schaf. Ähm. Warte mal, bist du hier? Weißt du nicht, du bist, glaube ich, irgendwie ausgebrochen, gell? Äh, ja. Oh, äh, nein. Geh lieber irgendwie wieder zurück zum Dings, gell? Zum, äh, ja, geh irgendwie wieder zurück zum, äh, Käfig. Äh, genau. Ich weiß jetzt nicht, was das genau für Schwerter sind. Auch Goldschwerter, Eisenschwerter. Das ist ja, glaube ich, nur so ein, so ein Dings. Okay, äh, ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal... Oder auf meiner Wallet nehme ich hier mal, äh, so 20, äh, so, 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 3. Ne, ich glaube, das reicht nicht aus. So, einmal 10 Dollar. Toller. 10 Dollar, ja, so. Geht es sich irgendwie aus? Eins. Oh. Oh, es geht sich nicht aus. Havoc. Also, warte mal. Hier, change. 10 Dollar. So, ich kann das und das kaufen. Das heißt, wenn ich jetzt 5 Dollar, das heißt, so. Kann ich das kaufen. Und nochmal 5 Dollar, kann ich das kaufen. Okay, nice. Jetzt habe ich schon, jetzt brauche ich eigentlich nur mehr bei der Quest, brauche ich jetzt eigentlich nur mehr. Äh, was brauche ich jetzt noch? Ich brauche jetzt noch... Erkunder war das... Ne, nicht Erkunder. Wo war denn das? Die Schmied. Ein Eisenschwert. Äh, ein Blast Furnace. Äh, so ein Dings. Warte, wie machen wir mal? Blast... Furnace. Äh, wie machen wir denn? Hier mit Eisen und Smooth. Okay. Äh, okay. Das kann ich jetzt schnell machen. Ich kann einfach schnell Schwert von Flo. Das fällt schon nicht auf, ja? Das ist jetzt Flo. Nimm den Werken. Okay, dann kann ich jetzt auch hier die Quest abschließen, nämlich mit dem, ähm... Wizards, Wizards, Wizards. Hallo, Eldo Biel. Oh, äh, Flo. Oh, äh, Flo. Oh, äh, Flo. Oh, äh, hi. Äh, hi, Flo. Äh, wie fändest du meinen Shop? Ich habe gerade was gekauft. Ich habe die Chainmail-Dings hier gekauft. Ey, wirklich? Ey, wie viel habe ich schon? Warte mal, warte mal. Ich schau mal. 85 Dollar habe ich schon gemacht. 85 Dollar tobst wahrscheinlich auch schon, oder? Äh, Change. Ey, geil. Ich habe tobt die. Dings. Flo, hier, Flo, Flo, da hast du 5 Dollar. Ich nehme mir kurz das Eisenschwert, okay? Weil ich brauche das für die Quest. Was machst du? Ich bin hier nur das Eisenschwert, ja? Du willst hier Kraft wieder Eisenschwert. Ich glaube, ihr zählt das überhaupt? Äh, ja, ich denke schon, oder? Craft? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Ein Eisenschwert muss man haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und weil... Äh, du weißt es... Jürgen, wie findest du das... Wie findest du das Hirn hier oben? Oh, das habe ich doch gar nicht gesehen. Oh, das habe ich doch gar nicht gesehen. Hopps, das ist dann ja. Ja, Julian, äh, ich bin mal weiter. Ja, warte, warte noch, warte noch, äh, Dings, äh, ich nehme mich das Eisenschwert, äh, ich wollte das nehmen, weil, äh, Toops und Isi haben mich eingebrochen und, äh... Ey, wirklich? Julian, lass es bündig schließen. Ja, wirklich, Toops haben auch alle, wirklich, meine Chests, wo, ich habe 30 Demanten oder so gehabt. Der hat einfach alle genommen, wirklich alles. Alles, der ist richtig mies, 30, die hast du gern? Ja, der hat irgendwie sowas gesagt, ja, äh, machen Entschuldigungsvideos, oder irgendwas sowas. Pfff. Du kennst es nicht, äh. Was, wenn du irgendwo mal Hilfe brauchst gegen Toops, äh, ich glaube, Art ist immer frei. Okay, alles klar, ja, dann, äh, tschüss, äh, okay, da ist irgendwie Flo, okay. Das heißt, ich kann jetzt die Quest abschließen, und, äh, so, Quest, 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 ähm, genau, wo war das jetzt? Äh, Meister, genau, nee, nicht Meister, äh, genau, wo war das jetzt? Besuche alle Dörfer hier, äh, alle Dörfer hier, alle Dings, äh, b-b-b-b-bam, erfolgreich, nicht töte einen Mitspieler. Wo war das jetzt? Ich habe das gerade noch gehabt. Akuna, genau, hier, bam, bam, und bam, Claim. So, jetzt habe ich 20 Dollar wiederbekommen, so, äh, so, ich habe 150 Dollar, eigentlich würde das schon reichen, was ist hier? World Box, okay, bitte irgendwas Gutes, oh, oh, ne Ranch, okay, der ist nicht so gut. Ich habe noch einen Blast Bow, also von daher, so, so, ein Blast Bow, jomei. Ähm, so, so, ich glaube, Flo geht gerade so easy rüber oder so, ähm, okay, was kann ich denn noch für Quests machen, okay. Ähm, so, Killer, ich könnte Flo killen, gell, ich könnte eventuell Flo killen, okay. Ähm, so, ich gehe mal hier weiter, ich will, ich will jetzt, ich will ein bisschen Abstand lassen und genau den Shop, glaube ich, brauche ich auch irgendwo anders hin. Ich weiß jetzt nicht, wo Flo genau hin ist, ähm, ich kann, ich habe, ich habe, ich kann Flo mit einem Blast Bow abschließen, oder? Kann ich? Ich könnte eigentlich killen. Warte mal, warte mal, wo ist der jetzt hin? Ah, da vorne ist er. Oder war es null? Hat er es bemerkt? Hä? Ich glaube, ich habe es gar nicht bemerkt, oder? Hat er es bemerkt? Oh, oh. Äh, hallo? Äh, ich glaube, das ist gerade, FK, ist er, FK? Ich weiß nicht. Ähm, genau, so. Soll ich ein killen? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, was er für items hat. Ähm, oh, hier ist er. Oh nein, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, oh, oh. Okay, warte. Äh, ich bin im killen. Und vielleicht kann ich irgendwie Zeus, warte, Zeus, Zeus, wenn du da bist, äh, bitte einmal kommen, schnell, äh. Oh nein. Oh, du, Zeus, ich weiß nicht, ob Zeus, 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 bitte einmal kommen, hier, Zeus, äh. Oh, oh, hier sind sie kommen. Oh, hi, hi, hi. Äh, Dings, äh, hier ist Flo, ähm. Der, 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 den Gold, der Goldblöcke hat er, Dings. Hier ist eine Rüstung und ein besserer, okay, warte, geh mal her, hier, die Rüstung. Oh, la, was, was gibt's mir hier für ein Schwert? Ähm, okay. Was werfe ich hier weg, das String hier. Eine Rüstung, okay, kann ich meine, ich nicht weg. La, was ist das für eine Rüstung? Eine richtig coole Rüstung, gell? Warte mal, was werfe ich hier weg, hier irgendwas von, von Flo? Hier ist Flo, äh, genau, äh, Dings. Ich will jetzt nicht Flo irgendwie Angst einjagen oder so, aber, äh, du kennst vielleicht Flo, der hat deine, der hat deine ganzen, das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Der hat deine ganzen Goldblöcke hier gestohlen, der ist da vorne. Warte, wo ist er? Irgendwo? Hier da vorne, da vorne, komm. Oh, warst du grad? Ich glaub, ich glaub, da vorne ist der Gott, okay. Killing, 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 warte, ich schieß auch drauf. Oh, ja, 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 nice, 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 nice. Oh, Hannes! Oh! Oh! Oh nein! Oh nein! Was hat der? Oh! Meine Rüstung ist richtig stark! Oh! Nein, 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 nein! Oh, oh! Meine Rüstung ist wirklich stark, warte! Oh! Wo ist er hin? Oh, oh! Zwei's! Komm, komm, komm! Los, Zwei's! Oh nein! Oh, lol! Was machen die alle? Oh, was passiert hier? Vielleicht kann ich sogar überspringen, glaube ich, mit der Rüstung? Oh, oh! So! Was passiert hier? Lol, oh! Das ist richtig, Götterkampf, oder? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zählt hier irgendwie als, als Töten. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, die Falten! Oh, Leute, das ist richtig, der Götterkampf gerade! Oh, ich glaube, die hassen sich. Oh, nein, die Kämpfe immer noch. Äh... Oh, er will mich gehen, er will mich gehen, er will mich gehen. Oh, oh! Okay, okay, vielleicht kann ich noch mal killen. Sch, 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 sch. Oh, die Rüstung ist schon fast kaputt. Oh, oh! Äh... Okay, Flo rennt wieder zurück. Okay, ich reine auch mal irgendwie zurück. Oh, oh! Nicht sehr, dass ich wirklich killed werde. Hier liegen ein paar Items. Oh, na, sch, 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 sch. Stark ist die Rüstung, neun. Okay, Marquis und irgendwie... Oh, lol! Okay, erst mal kämpfen. Oh, nein. Äh... Okay, warte, ich glaube, Flo... Ist Flo noch mal vorne? Warte, äh... Oh, oh, sind die fertig? Ich glaube, die sind fertig, oder? Nee? Oh, nein. Äh... Oh, nein, er will mich killen. Oh, nein! Oh, er kill mich! Nein, 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 nein. Oh, nein! Oh, das ist das Schönste, oder? Oh! Nein! Okay, da habe ich gerade meinen ersten totkassiert. Okay, wo ist er? Wo ist er? Ich kill ihn noch mal. Flo? Wo ist Flo? Da vorne ist er. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Ich renne rauf. Ich renne rauf. Auf, 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 auf! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? 1 gegen 1! 1 gegen 1! Komm, 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 komm! Oh, ich habe nochmal! Oh, wie stark ist das Schwert? Oh, schnell, schnell, schnell! Ja, ich habe, ich hab, ich hab die, ich hab die Dings, von, von, äh, von Hades. Okay, okay schnell weg weg, weg weg weg, weg. Oh. Schror, 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 schror. Ich hab ich da, ich hab die, ich glaub, ich hab die, ich hab ich irgendwelsos äh, Dings von, von Hades hier, äh, gestohlen. Okay, okay, okay. Äh, okay. Ich, ich, kann jetzt irgendwann, erzähl ich, da war glaube ich nicht zu gut, äh, mit Flo, äh, okay. Okay. Ich kann irgendwie Flo sagen, ja, ist eine eigentlich immer beschützt. Aber dafür nehme ich die Statue wieder. Oh nein. right. Ah, der hat auch bald gekillt worden bei Magic. und ich musste unbedingt verstecken okay ich glaube flo war es nicht nämlich weil ich habe noch die secret box weil sie mich nicht dass hier so ein punkt gehabt also kann ich eigentlich so machen und die kann ich jetzt jetzt nicht so machen die staat hier unten verstecken okay soll jede kleine staat verstecken okay okay die statue hoffentlich findet dich froh nicht okay so und dann ich höre immer noch was und ein fluss da und er findet mich sicher nicht es liegt es liegt es liegt nicht dass er staat findet also knapp er kann eigentlich staat gar nicht finden oder gegen wir ein kicke einmal gestorben ich kann ich ihn aus dem hinterhaltigen weh nein oh nein wie viel tode habe ich schon gar nicht gut gar nicht gut leute zeit oder ok 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 der findet ok 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 flo ich hab hab da frieden 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 ok froh frieden aber kurz ich gehe kurz zu ihm ich habe keine ahnung macht richtig viel der mich hat mir zeus geld gegeben ich weiß nicht ok mach mal frieden ok ok ich bleibe auf meiner seite in der brücke ab du bleib auf deiner ok ok okay hartes bleib drüben ok ok einfach hast du es gesehen mit zeus ok das ding ist ich habe was ich habe was was du glaubst glaube ich wieder haben willst ok wenn du was nichts nichts wenn du wenn du frieden mit mir schließt und nie wieder irgendwas machst bekommst du es ok hast du geklaut was hast du mir geklaut ich hab ich hab was geklaut ja aber das habe ich nicht was nichts 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 Und ein hat es hat es hat Nein Alles Oh nein Ich habe zwei Okay, hat es glaube ich weg Was war das leute Hier So far das von Ich käme mich schnell Einfach irgendwie Das war das Oh, okay, okay, okay Ich käme mich schnell So, die zwei Chunks wieder So Okay, Flo ist wieder da Ich denke aber nicht, oder? Tadis ist glaube ich auch weg Nee, Flo ist da Okay Geht wieder Flo ist mir ein bisschen Ein bisschen komischer Typ Irgendwie keine Ahnung Aber ich Eigentlich Der zweite geschrieben irgendwie Da ist ja Was hat er geschrieben Hier fühlst du eine Das dürfen wir ihn nicht Durchgehen lassen Irgendwie ja Ich glaube einfach dass Der hat meine Goldblöcke oder so gestohlen Also vom Gott die Goldblöcke Ich glaube ich muss unbedingt mal Irgendwie bei Flo einbrechen oder so Schreibt unbedingt Kommentare hier Was ihr haltet bei Dem Dings Also wie ich bei Flo erbrechen soll Und was ich Stehen soll Irgendwas gesagt mit Lottoman Lottoman stehen Aber wir keinen Lottoman haben, oder? Ich weiß es nicht Und Genau Ich habe nämlich noch hier Genau Ich wollte das zeigen hier nämlich Ich lage ja erstmal ein hier So, warte Muss mal die Tür abbauen So Nämlich Habe ich hier noch Warte, brauche ich hier noch Blast Furnace Craft man glaube ich mit einem Ofen Mit Eisen herum Nur das Ding ist, ich habe kein Eisen Verstehst du? Versteht ihr? Oh nein, jetzt habe ich irgendwas dazugeschrieben So Was ja Hat er Eisen lassen? Nee, nicht mal Eisen lassen Okay, dann kann ich die Quest glaube ich Erst das nächste Mal machen Muss ich noch schnell schauen Wie viel Dings ich hier Geklaimed habe Ich glaube ich habe nämlich irgendwie 14 gehabt oder so Flo da noch in der Mitte? Nee Genau Und ich habe hier die Die Hades Statue gestohlen Also Wenn ihr so nett seid Bitte schreibt das nicht bei Flo in den Kommentaren Weil sonst weiß er das Und Hades ist Oh, jetzt werde ich fast von Schwalzern gestorben Hades ist nämlich ein sehr böser Dings hier Okay, 18 Ich glaube ich vier Chunks Nee, zwei Chunks habe ich mir gekauft Gell? Zwei Chunks Das heißt ich claim jetzt schnell zwei Chunks Ich glaube ich claim die gleich beim Tower hier Und gebe ich dir das wertvolle Ich glaube ich breche Nächste Folge glaube ich mit Tops ein oder so Schreibt unbedingt Vorschläge wie ich mit Tops einbrechen soll hier in die Kommentare Und ja So Ich wollte nämlich noch zum Tower schauen hier Find mein Dings hier einfach richtig cool mein Teil hier Und wie gesagt wer es ja noch nicht weiß Johans330.job für den saftigen Franzl Merch Acht von zehn Leuten würden sagen Ähm Das ist der beste Merch Oh maybe in Österreich Johans330.job wie hier eingeblendet Einfach hier gibt es wieder Alles für die Schule auch Und hier eine Tasse wenn ihr irgendwie Kakao oder sowas trinken wollt Und äh ja Und schreibt um die Kommentare wie Flo oder Tops hier irgendwie einbrechen soll Okay ähm Nämlich habe ich mir gedacht hier Ich wollte die Dings auch unten zeigen hier die äh Mauer Hier ist schon ausgebreitet mehr oder weniger Ich habe mir gedacht dass hier rum irgendwie so Chunks äh macht praktisch Dass sie praktisch hier nicht hoch bauen können Ähm und ja dass sie nicht einfach rein rennen können Und hier habe ich es doch gebaut aber Genau und hier habe ich so einen Himmelstorp gebaut Genau und das habt ihr auch noch nicht gesehen Hier habe ich so eine richtige Blätterwand und so gebaut Richtig schön Und das ist hier so ein Himmelstorp praktisch Äh das geht hier hoch Also ich finde einfach mein Tower mittlerweile richtig cool Warte ich kann hier gleich claimen Eh so bam Und genau ich kann zwei Chunks Ich glaube ich claim mal den Chunk hier Und irgendwie ich weiß nicht Äh wie soll ich sagen Wie soll ich machen Den Chunk denke ich Äh okay so Ich weiß jetzt nicht genau ähm So Genau hier habe ich nicht noch so eine Dings hier Ja warte ich muss jetzt schnell was machen So Hier habe ich nämlich noch so eine Dings So eine ähm Wenn oder weniger Wie sagt man Ich muss das aber auch noch hier weiß bauen So eine praktisch Ich will nämlich hier ein Hotel bauen okay Äh weil ist ja glaube ich noch kein Haus hier oder so Ähm hier habe ich nämlich hier schon noch vorbereitet Aber das seht ihr erst nächste Folge weil es ist noch ein Aufbau und ich will nicht Äh dass ihr seht wie unrein das hier ist und äh ja bezüglich Fanartraum Genau wenn ihr keine Fanarts hier gemalt habt einfach hier Fanarts ähm hier schicken Dann jonas 30 Äh unterstrich official hier auf Instagram oder jonas 3300 auf Twitter wie ihr eingeblendet Könnt ihr könnt mir auch folgen Zweiter Link in der Beschreibung Hier sind momentan noch keine Fanarts aber demnächst kommen welche ja Und so Genau ihr habt nicht in die Kommentare geschrieben Dass ich äh hier noch nämlich was machen soll Ähm nämlich äh solches So ich kann das so machen Grünfläche So genau Grünfläche Jetzt kann ich dir noch hinschreiben Äh genau Business Raum Business Äh äh Einfach äh Geschäftsraum schreibe ich Geschäfts Raum So wo ich irgendwie äh Sachen verhandle oder so Kann ich auch schreiben Hotel Ähm äh Zimmern kann ich hinschreiben Und äh Büro kann ich machen Genau und Büro wollte ich eigentlich hier darüber machen Und was kann ich hier noch machen Ich könnte noch Ja keine Ahnung Schreibt unbedingt in die Kommentare hier was ich noch bauen kann So nämlich wollt hier Man kann hier nämlich auch hochschauen mittlerweile Weiß ich ob ich das schon gesehen habe Ob ich das schon gesagt habe Kann man nicht hoch Und hier ist auch noch ein richtig cooler Raum Ich will hier noch eine grünfläche machen Dass man hier einfach eine richtig geile Aussicht einfach hat Hier auf Tops den glatzigen Kopf Und hier sollte noch ein Stau drauf kommen Aber so ein Gang praktisch Ja da kann ich auch noch irgendwie Büro machen oder so Und äh ja da würde ich irgendwie sagen Oh oh nein jetzt bin ich ganz runtergedingst Äh will ich mir sagen das war es hier für die Folge Dann würde ich sagen lasst ein Like und ein Abo da Und äh der Dings kommt ja gerade Äh genau so Wenn ich sagen lasst ein Like und Abo da wenn ihr mehr wollt Und unbedingt die erste 30 Punkt Job hier auschecken Äh coole Franzl Merch hier Es haben einfach wirklich viele schon geschrieben Dass er einfach mega kuschelig ist Und das ist halt richtig cool Ich selber habe sogar auch ein Franzl Dings hier Franzl Hoodie und Franzl T-Shirt Ist auch megamäßig cool hier Ist einfach richtig flaschig Ist glaube ich sogar besser als so eine normale Normaler in allem Pulli den man überall bekommt In allen Geschäften ist sogar besser Eine viel bessere Qualität in dem Preis Ich glaube die kostet ein Hoodie kostet so Ich äh oder ein T-Shirt kostet so 21 Euro Ist einfach wirklich gar nichts alter Ihr könnt dann auch irgendwie Könnt dann einfach irgendwie äh Äh einmal nicht okay nicht essen äh Nicht essen das kann ich nur 2 Äh zwei Dinge sagen dass er einmal nicht essen soll Wie gesagt du hast noch ein neues Job Für coole Federmäppchen Und äh ja wie gesagt verlinkt mich Wenn ihr ein Franzl Match habt Dann werde ich gegen Apollo eingeblendet Und äh ja dann würde ich sagen lasst ein Like Abo da und äh aktiviert die Glocke unbedingt Dass ihr nicht vergesst Und äh keine Folgen hier vergesst Warum habe ich gerade Fallen Damage gekriegt Und ja dann würde ich sagen lasst ein Like Abo da und äh würde ich sagen ähm Schreibt doch wie ich für Flo und Petrobs einbrechen soll In die Kommentare Dann würde ich sagen Ciao Well you know with a lot of excitement How bad